Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich eine Runde No Man's Sky spielen, weil ein neues Update da ist. Und zwar werde ich mal ein neues Spiel anfangen. Oh. Das ist normal. No Codes, No Damage, No Limits, das klingt ein bisschen. Sollen wir mal Permadeath versuchen? Ich glaube wir versuchen mal Permadeath für diese Aufnahme. Und schauen mal, wie weit wir kommen, bevor wir sterben. Uh, schwarz. Ah, siehste. Ja, jetzt brauchen wir eine Weile, um uns hier zu orientieren. Oh, ich glaube, ich muss noch mal raus gehen. Weil der Ton läuft jetzt über das Mikro und über den Lautsprecher und ich greife sie nicht direkt ab. Ist ein bisschen ungünstig. Geht's bald weiter? Hallo? Greif gleich die Gitarre, wenn's nicht überreden. Oh, ich weiß nicht. Untertitelung. BR 2018 Oh, geht los, geht los, geht los, geht los. Blub. Okay. Das ist auch ein interessanter Planet. Wir haben hier Kälte scheinbar und sehr spitze Steine. Okay. Minus 53,9 Grad Celsius. Okay. Wo sind wir? Okay. Okay. Können wir uns bald bewegen? Ja. Also das sind wir. Das ist der Planet hier. Interessant. Hier sind Tiere und alles. Ah, wir haben noch keinen Analyses-Visor. Perform a Scan. Ah. Äh, wie mache ich denn das jetzt hier? So. Äh, nee. Oh, ich habe zu wenig. Scheiße. Das geht ja gleich gut los hier mit dem Permadeath. So. Ah. So, der ist... Haben wir jetzt genug davon? Fast! Ah! Ja, das Verriet, das weiß ich aus meinen bisherigen Spielen hier, findet sich in Steinen. Jetzt! Okay, hätte ich gar nicht... gar nicht so lange gucken wollen. So, wo ist Sauerstoff? Wir brauchen Sauerstoff. Recharge Heathered Protection. So. Ja. Können wir das jetzt nehmen? Wir haben immer noch kein Analyses-Visor. Da unten. Shit. Bin ich jetzt tot? Okay. Ja, bin tatsächlich tot. Okay. Dann habe ich ja jetzt Gelegenheit, den Ton richtig einzustellen. Ich bin gleich wieder da. So, das ist doch besser jetzt. Hört ihr auch den Ton? Und... Okay. Ich versuche es nochmal. Mit dem Parma darf diesmal also nicht runterfallen, sondern langsam wohin gehen. Und ja, also, das Spiel ist, man wacht auf auf einem Planeten, man hat kein Raumschiff und man muss gucken, wie man da wegkommt und rausfinden, was eigentlich los ist. Also, das fordert kein Vorwissen. Und ja. So. Und da gerade erst ein neues großes Update kam, war ich der Meinung, das könnte man vielleicht auch mal streamen, wenn... wenn der Computer mitspielt, weil das ist sehr grafiklastig. Und wie gesagt, streamen tue ich ja nicht, sondern ich nehme das Video auf und lade es dann nachher hoch. Aber trotzdem könnte das ja sein, dass es meine Grafikkarte überfordert. Das wollte ich mal ausprobieren. Ja, und nun sind wir gerade eben schon gestorben, aber jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Wir müssen wahrscheinlich zuerst Ferit Dust irgendwo finden und unseren Scanner reparieren und dann die anderen Sachen finden, die wir brauchen für die Hazard Protection. Aber es ist... Wir werden wahrscheinlich nicht auf demselben Planeten landen, wie gerade eben, sondern auf einem anderen. Auf dem wahrscheinlich auch irgendwas uns umbringen will. Ja. Okay, das sieht zumindest nicht so kalt aus hier. Es ist radioaktiv. Dafür ist es radioaktiv. Okay. Radioaktiv und hier laufen Tiere rum. Sehr farbenfroh alles. So. Okay. 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 Ja, ja. Wo finden wir denn das? Okay. Collect Sodium brauchen wir. Sodium. Wo haben wir Sodium? Da. Cool. Da ist mehr Sodium. Super. So, ähm, okay, investigate my surroundings. Okay. Okay. So, ähm. So, ähm. So, ähm. Da ist Wasserstoff, Wasserstoff. Da ist noch Natrium. Reach the Mark Cygnus. Ach, das ist da hinten. Okay. Ist ja sehr gut, dass wir da an Wasserstoff, äh, hier an Dingens vorbeikommen. Natrium. Ah, hier ist noch mehr Natrium. Ja, das passiert. Jetzt gucken, dass wir nicht runterfallen hier. Ah, dazu brauchen wir Advanced Mining Laser. Was ist das? Pflanze. Okay. Hm. 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 So, das nehmen wir da raus und packen das in unseren Exosuit. Und kommen dann Nieten. Okay, und hier. Okay, und hier. Okay. Super, alles kaputt. Also ich kann mich nicht erinnern, wie ich hergekommen bin, aber das ist scheinbar mein Schiff, weil es mich erkennt. Ich sollte das Schiff reparieren. Wir brauchen Hermetic Seal und Metal Plating. Okay. So, können wir Metal Plating vielleicht schon machen? Ja. Wie viel brauchen wir davon? Eins. Okay, Hermetic Seal, wo ist das? Metal Plating, zack. Das können wir natürlich schon mal einbauen. Nearby, sehr gut. Salvaged Planetary Chart from Distress Beacon Cache. Ja. 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 cool da ist auch nicht so weit weg wo hier ist das oder was wie weit ist denn das weg 700 units ok so das meter so das zentimeter man weiß es nicht nicht so weit weg nicht so weit weg So, da kann man Wörter finden. So, da kann man Wörter finden. So, da kann man Wörter finden. Okay, nicht mehr viel übrig. So, da kann man Wörter finden. So, da kann man Wörter finden. So, da kann man Wörter finden. Oh, Sauerstoff, wo ist Sauerstoff? So, da kann man Wörter finden. 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 Okay. So, da kann man Wörter finden. Okay. 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 So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. Okay. So, okay. So, okay. Radiation protection, point. Radiation damage detected, product inserted. Radiation damage detected. Radiation damage detected. Radiation damage detected, roll with the body shots. Radiation damage detected, point. Flight150 nm. The light'span bites, point. bagshot pul 속. Mann, 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 Mann! Müssen wir warten, bis der Sturm vorbei ist, ist er vorbei, sieht so aus, sehr wenig Live-Support leider, müssen einen Sauerstoff finden am besten, oh, shit! Mal gucken, ob wir das noch rechtzeitig erreichen, das Schiff. Ich fürchte fast nicht, oh, shit! Ich bin gleich tot. Ah, da ist das Schiff! Oh, ich habe sogar Oxygen dabei, sehr gut. Glück gehabt! Also, das Spiel läuft ein bisschen hakelig, wenn ich nebenbei aufnehme. Aber toll, ich habe kein Sodium mehr, super. Eieieiei! Oh, gerade rechtzeitig. Hucki! Sehr gut, jetzt brauchen wir pures Ferit und Dihydrogengel. Ich glaube, Dihydrogengel ist das kleinere Problem. Äh, ja, aber vielleicht machen wir da beim nächsten Mal weiter, würde ich tippen. Okay, bis denn!